Jetzt stehen uns die beiden höchsten Pässe der gesamten Runde bevor. Klar haben wir auch ein wenig Respekt, aber die äußeren Bedingungen scheinen an diesem Morgen optimal. Neugierig schauen uns die Murmeltiere hinterher, während wir auf deutlichem Weg stetig an Höhe gewinnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Durch einen letzten Skiverhang gelangen wir auf den 2761 Meter hohen Col de Loup-Martin. Bei herrlichem Spätsommerwetter machen wir hier eine ausgiebige Rast. Eine kurze Querung führt uns zum nahezu gleich hohen Pas de la Cavalle hinüber. 1000 Höhenmeter tiefer wartet unser Etappenziel, das Refuge du Pré de la Chomet. Musik 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 In der großen Hütte des französischen Alpenvereins machen wir am Abend einen deutschen Tisch auf und genießen das reichhaltige Essen und den Rotwein. Am nächsten Tag hat der GA54 gleich drei hohe Pässe auf dem Programm. Beim langen Aufstieg geben uns leckere Blaubeeren zusätzliche Energie. Dann haben wir am Col de la Vallette das anstrengendste Stück geschafft. Musik 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 Etwas oberhalb des nächsten Passübergangs bietet der Felsgipfel des Puy des Agneaux ein gewaltiges Panorama. Musik 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 Gänsegeier mit einer Spannweite von mehr als zwei Metern segeln in der Thermik über unseren Köpfen. Vor uns liegt nun ein wunderbares Hochtal, wo wir uns schon früh einen Zeltplatz vor einer eindrucksvollen Kulisse suchen. Am Nachmittag erklimmen wir ohne schweres Gepäck noch den dritten Pass. Vom leicht erreichbaren Gipfel des Pic de Valompierre breiten sich alle großen Berge des südlichen Ekranmassivs vor uns aus. Vom leicht erreichbaren Gipfel des Pic de Valompierre breiten sich alle großen Berge des Pic de Valompierres. Vom leicht erreichbaren Gipfel des Pic de Valompierre breiten sich alle großen Berge des Pic de Valompierres. Besonders eindrucksvoll erhebt sich der Sirac mit seinen kleinen Hängegletschern. Und zu unseren Füßen liegt das Refuge de Valompierre an einem kleinen See, wo die Etappe normalerweise endet. Wir machen es uns hingegen in unserem einsamen Zeltlager bequem. Doch die Ruhe wird noch einmal gestört, als am Abend eine große Schafherde vorbeizieht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017